Heute ist hier richtig Party, also in der Form Baumparty. Zehntausend Bäume werden heute hier gepflanzt in Misch als Auftaktveranstaltung für das große Ziel eine Million Bäume in Deutschland zu pflanzen. Wir freuen uns riesig darauf, dass wir unseren Wald jetzt so umbauen können, zukunftsfähig machen mit den neuen Laubbäumen, die dann langfristig unsere Nadelwälder quasi ersetzen werden. Ich fange mal an, Dieter, okay? Du bist ja nachher der Profi-Moderator und dann kannst du den Programm fortführen. Erstmal herzlich willkommen aus Sicht der Ortsgemeinde, schön, dass Sie alle hier unserer Einladung gefolgt sind und dass so viele Gäste da sind, Sponsorenkönner und vor allem die Initiatoren von dieser herrlichen Initiative. Schön, dass du das wieder initiiert hast, dass so viele Menschen hingeschafft hast und vor allem, dass du die zehntausend Bäume wahrscheinlich auch an den Mann und an die Frau bekommen hast. Ich kann dir noch gerne zuhören, Udo, du machst das toll. Udo Adriani! Seitdem ich ihn kenne, nenne ich ihn den besten Bürgermeister der Welt. Vielleicht habt ihr gerade gemerkt, warum. Wir von Robin Gut haben gesagt, weil wir oft gefragt worden sind, hey, als Initiative für nachhaltiges Leben, wie kann man das unterstützen? Und dann haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn wir Bäume pflanzen? Und was gibt es nachhaltigeres, als eben einen Baum zu pflanzen? Und das war so die Idee. Mit der Kraft der Community auf der Heimseite, also ganz viele von euch, jeder einzelne Baum, der zählt, aber auch mit der Kraft von Großen. Die Firma Reber ist hier mit den Azubis, die hier gleich pflanzen werden. Die Firma NDB aus meiner Heimat, die uns mit vielen Bäumen unterstützt hat. Die Firma BOOLS ist da, von denen wir die Bäume bekommen haben, die die Provinienten gleich noch so ein bisschen verschönern dürfen. Und meine Provinienten Unterstützer, die wir zum Teil auch an den grünen Shirts erkennen, sind halt diejenigen, die mit ihrer Reichweite dafür gesorgt haben, dass eben diese Botschaft von uns so weit ausgetragen worden ist. Das Wort ist, dass wir zählt. Und auch da steckt eigentlich schon alles drin. Und in dem Bier haben wir jetzt hier alle zusammengefunden, weil jeder für sich so einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Also der Dieter hat mich angerufen, kurz nachdem er das hier ins Leben gerufen hat, ob ich mich dafür einsetzen würde und ob ich da Baumpate werden will. Und ich finde das, was wir hier machen, so sinnvoll, nämlich Bäume zu pflanzen, dass ich gesagt habe, das unterstütze ich nicht nur hundertprozentig, das unterstütze ich tausendprozentig. Und wir zwei haben da und auch viele andere richtig Vollgas gegeben. Das freut mich, dass wir so viel hier auf die Beine stellen konnten. Und ich kenne ja die genaue Zahl noch nicht, wie viele Bäume verkauft worden sind. Aber ich habe es munkeln gehört, dass es sogar über 10.000 geworden sind. Und das finde ich in der relativ kurzen Zeit wirklich erstaunlich. Und das zeigt dann auch, wie viele Menschen noch mit den Gedanken auch hier sind und dann Bäume gekauft haben und damit Gutes tun. Ich bin der Julian, mein Name ist Julian Schmitz-Avila. Ich bin Kunsthändler unter anderem bei Vares Ferraris und Wohnen in Bad Breisig, also auch Rheinland-Pfalz, sechs Kilometer von der Haarmündung. Und ich freue mich, dass wir hier positiv nach vorne schauen und dass ich dabei sein darf. Gerne. Ja, mein Baum ist versorgt. Ich halte Ausschau nach weiteren Bäumen, aber stelle fest, woher kann noch Erde gebrauchen? Ich hätte gute Erde zu vergeben. Ja, ich weiß es nicht. Wir pflanzen heute hier hauptsächlich Linden, das ist eher die Winterlinde und die Hopfenbuche. Die Hopfenbuche kommt eher aus dem südlichen Bereich Europas und gehört zu den sogenannten Zukunftsbäumen. Die sind klimaresilienter, kommen mit mehr Hitzestress auch aus, müssen nicht täglich gegossen werden. Wunderschöne wollte ich gerade schon sagen, weil ich diese Sache hier unterstütze. Ich finde die wunderbar. Dieter hat da echt was Tolles ins Leben gerufen und hat mich gefragt und hat natürlich gesagt, natürlich bin ich dabei, was für eine Frage. Ich war ja im Rhein-Erft-Kreis, in Odendorf und in Blessem damals direkt als Ersthelfer mittätig. Und ja, es war sehr emotional eben, die Fahrt hierher. Ja, ohne das Team mehr wäre ich nicht hier. Es ist wichtig, dass ich so ein Problem hatte. Musik Diese Fläche haben wir bewusst ausgesucht. Wir wollten eben nicht mehr in den A-Bereich gehen. Und wir wollten hier oben auf der Höhe das Wasser praktisch halten. Überall ist Landwirtschaft, intensiv Landwirtschaft teilweise. Und hier oben ist eine Fläche, die eben noch mit Wald bestockt ist und auch wieder werden soll. Normalerweise ist es so, der Wald ist immer an der schlechteren Ecke im Steilhang, wo die Steine sind oder wo der Boden so schlecht ist, dass die Landwirtschaft sich nicht lohnt. Hier haben wir den Fall, dass es, ja, der Boden ist nicht gerade optimal, aber auf jeden Fall für Wald absolut tauglich. Und hier wollten wir deswegen den Wald wieder aufforsten. Diese Energie, das merkt man. Als es zu der Katastrophe kam, haben Kolleginnen und Kollegen von uns den Urlaub abgebrochen, haben sich bei uns Fahrzeuge ausgeliehen, haben gefragt, ob sie freigestellt werden von uns. Und dann sind die über Wochen hierher gefahren und haben hier geholfen. Und als dann du mit dem Thema kamst, Bäume, bist du quasi offene Türen eingerannt. Und du sagst, super, wir können dann nochmal einen weiteren Punkt leisten hier an der A was zu tun. Und haben direkt ja gesagt, darum tun wir das. Und super ist dann natürlich auch, dass das Team mitgekommen ist. Insofern war es uns auch ein echtes Anliegen. Also wir haben für einen Kunden, für eine Logistikfirma, die hier auch vertreten sind, hatten wir ein Interview 2022 mit dem Dieter. Und dann sind wir irgendwie im Nachgang in Kontakt geblieben. Und dann hat er uns von der Ahrtal-Aktion erzählt und wir waren begeistert. Und genau, so kam die Zusammenarbeit. Wenn ich das mal sagen kann, ich würde es mal als solches beschreiben, wie hinten auch draufsteht. Regional pflanzen, global Klima retten. Nach dem Motto, nicht jetzt sich einfach nur auf die Straße kleben und rumnörgeln, nichts machen, sondern wirklich aktiv werden und regionalen Unterschied machen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich jetzt erleben darf, schon von Anfang an hier mit dabei zu sein. Und freuen uns natürlich auch, dass hier so viele helfende Hände mit dabei sind und das gut angenommen wird. und freuen uns auf viele weitere Aktionen und viele weitere Bäume, die noch geplant werden. Das war super für mich, tatkräftig dabei zu sein bei einer Aktion, die richtig klasse ist, die richtig Sinn macht und die dann auch noch, wir haben es in der Gruppe erlebt, das richtig Spaß macht. Das ist wichtig für die Böden hier selbstverständlich auch. Und diese ganze Aktion, tatkräftig hier zu sein, mit vielen was zu machen, die, ja, die bringt auch, glaube ich, richtig Gutes, weil sie immer auch Gemeinschaft bringt und in der Gemeinschaft natürlich auch ein Sinn entsteht. Und weil es einfach toll ist, tatkräftig was zu machen und nicht nur irgendwo zu spenden oder im Fernsehen darüber zu berichten oder zu moderieren, sondern echt mal wieder dabei zu sein und vor Ort zu sein. Vielleicht ist es ja auch büschen, vorbildhaft, damit noch mehr Leute sich für das Ahrtal engagieren. Das habe ich in meinen 40 Jahren als Förster noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Und dann noch, dass da Kinder dabei sind, das ist mega toll und das freut mich umso mehr, wie gesagt, weil das die nachfolgige Generation ist oder Enkelfähigkeit, wie ich eben sagte, mal was mehr hat als wir. Wir oder ich werde es nicht mehr erleben. Meine Kinder vielleicht noch, aber hoffentlich meine Enkelkinder oder die Kinder, die jetzt hier auf der Fläche rumlaufen, die haben was davon. Es ist eine überragende Aktion. Wir hatten einfach diese Idee, Bäume pflanzen zu wollen in einer Region, wo die Natur eben Bäume genommen hat und wollen eben diesen Wiederaufbau, diesen natürlichen Wiederaufbau unterstützen. Mit der Kraft der Community und was dabei rausgekommen ist, macht mich echt ein bisschen sprachlos. Wir haben über 14.000 Bäume zusammen bekommen. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen fast am liebsten persönlich bedanken, weil am Ende geht es nur so und ich habe es gerade schon mal gesagt, ich sage es gerne jetzt nochmal, genau so funktioniert Solidarität. Von der kleinen Baumschwende bis zum großen Unternehmen. Alle haben mitgeholfen, alle machen gerade mit und großartig. Dankeschön. hnüßend Untertitelung des ZDF für funk, 2017